Alle unsere Theorien über die Intelligenz und Fähigkeiten von Raptoren waren nicht einmal annähernd richtig. Sie waren intelligent. Sie waren klüger als Delfine oder Wale. Sie waren sogar klüger als alle Primaten. Was war das? Ein Tyrannosaurus. Wohl kaum. Das hört sich nach etwas größerem an. Weg hier! Wir werden diese Insel wahrscheinlich nicht lebend verlassen.